Sind Sie bereit? Als Trainer von Bayern München hatte der Maestro aus Italien immer mit der Sprache zu kämpfen. Das, was er der Mannschaft sagen wollte, seine komplexen taktischen Ideen und Konzepte, konnte er aufgrund seiner mangelnden Deutschkenntnisse nicht immer richtig erklären. So wohl auch am 8. März 1998. Im Parkstadion auf Schalke verloren die Bayern vor 71.000 Zuschauern mit 0 zu 1. Es war die dritte Niederlage in Folge und an der Tabellenspitze hatte sich Kaiserslautern schon vorentscheidend abgesetzt. Dazu kam das Aus in der Champions League. Trainer Giovanni Trapattoni war stinksauer, erinnert sich Markus Hörwig, der langjährige Bayern-Mediendirektor. Nach unserer Rückkehr ins Teamhotel in Essen hielt er eine wütende Rede. Und beim Gestikulieren hatte er Uli Hoeneß eine volle Flasche Rotwein über den kompletten Anzug gekippt. Danach verabschiedete sich der italienische Chefcoach für knapp zwei Tage in sein Haus im heimatlichen Mailand. Am Dienstag, den 10. März, fuhr er mit dem Auto über den Brenner zurück nach München. Für 15 Uhr war an der Säbener Straße eine Pressekonferenz mit Trapattoni angesetzt. Doch Hörwig hatte seit der Ansprache nach dem Schalke-Spiel ein ungutes Gefühl. Dreimal rief er den Trainer unterwegs an, vor allem um sich selbst zu beruhigen. Doch als Hörwig dann am Nachmittag Trapattoni in dessen Trainerzimmer auf dem Vereinsgelände abholte, bemerkte er, dass ihn sein Bauchgefühl nicht betrogen hatte. Der Star-Trainer, der angesichts seines holprigen Deutsches für die Gespräche mit den Journalisten meist zwei, drei deutsche Begriffe auf einer Karte notierte, hatte diesmal acht, acht eng beschriebene Seiten vor sich liegen. In dem Moment, als Trap die Zettel rausholte, wusste ich, was passieren wird, erzählt Hörwig. Kurz darauf fiel Trapattoni im überfüllten Presseraum seit eine legendäre Wutrede. Dabei erregte er sich über die massive Kritik an seiner defensiven Spielweise und vor allem über die Aussagen von Mehmet Scholl und Mario Basler. Beide hatten sich öffentlich über ihre Nicht-Ausstellung beklagt. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat Mittwoch gespielt? Hat es Mehmet, hat es Basler oder Trapattoni gespielt? Vor allem aber bekam ein weiterer Profi sein Fett weg, der Mittelfeldspieler Thomas Strunz. Dabei am meisten in Erinnerung geblieben ist der folgende Ausruf. Strunz, Strunz ist zwei Jahre hier gespielt, zehn Spiele, ist immer verlassen. Was erlaubt Strunz? Der wusste zunächst gar nicht, wie ihm geschah, denn im Gegensatz zu Scholl und Basler habe er den Trainer gar nicht kritisiert. Giovanni hat alle drei Namen, die ihm genannt wurden, in einen Sack gepackt und aufgekloppt, sagte Strunz später. Das gab Trapattoni selber auch in einem Interview vor zwei Jahren zu. Thomas war im Grunde unschuldig und deshalb verlief alles so unglücklich. Nach ziemlich genau dreieinhalb Minuten endete der Monolog des Italieners mit den berühmten Worten. Nach wenigen Schritten aber drehte sich der Erfolgscoach im Kabinengang wieder um. Habe ich noch etwas vergessen? Doch Hörwig verstellt ihm den Weg und behauptete, das lohnt sich nicht Giovanni, die sind alle schon weg. Mit viel Zureden und etwas sanfter Gewalt brachte er den Trainer zurück in sein Zimmer. Und die Geschichte über die legendäre Wutrede nahm ihren Lauf. Das war's mit dieser kurzen Geschichte und wenn ihr nächste Woche wieder etwas aus der Geschichte des Fußballs hören wollt, dann lasst doch ein Abo da und liked dieses Video. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal. Ciao!